RelaxSmile von Zeiss ist die erste Lösung für eine minimalinvasive und flapfreie Behandlung von Fehlsichtigkeit. Zeiss ist damit Wegbereiter von Smile. Dieses Verfahren ist nach PRK und LASIK als dritte Generation der Augenlaserkorrektur bekannt. Bei RelaxSmile erzeugt der Femto-Sekundenlaser Visumax von Zeiss in der intakten Hornhaut eine dünne Hornhautlinse, das sogenannte Lentikel. und einen weniger als 4 mm kleinen Zugang in nur einem Schritt. Das Lentikel wird anschließend durch den kleinen Zugang manuell entnommen. Die neue Flapfreiheit ermöglicht damit erstmals eine vollständig minimalinvasive Seekorrektur.